Was sucht Waldemar hier? Der stand doch auf dem Plan, oder? Da stand Wolfgang, nicht Waldemar. Er heißt eigentlich W. Ich wusste, es war was mit W. Er heißt Waldemar Wolfgang. Und da stand Wolfgang W. Schmitz! Ja, mein Gott, Schmitz heißt jeder Dritte. Äh, und das ist jetzt schlimm? Das ist nicht gut. Das ist der Grund, warum man ja eh aus meiner Gange ist. Das ist der Waldemar, mit dem ich damals diese Nacht hatte. Du weißt schon. Ich erinnere mich. Diese fantastische. Und schreit es jetzt nach Wiederholung? Na, ich... Sag mal, sehe ich aus mit Camilla, dass ich mich nicht in Frauen halten kann? Da muss es ja nicht immer Sfangs, Ne, nein. Es verwirrt mich einfach. Ich meine, ich habe mit Wolfgang gerechnet. Der auch irgendwann in dieser Kroh war. Ich habe gedacht, hä, was macht der jetzt wieder dabei? Da fehlt eigentlich der dritte Mann. Weißt du das? Kurzfristig abgesprochen. Abgesprochen? Wie ist das denn wirklich? Die kennen sich seit Jahr... Ich weiß nicht, was los war. Da muss ja irgendwas gewesen sein. So entstehen Gerüchte. Entschuldigung, wo ist die medizinische Station? Captain? Komm gerne.